So, hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Teil der Guardian Legend of the NES. Heute gibt es ein echt Schlängerler Eiche dazu. Schlängerler Oak Smoke. Mit 8 Volumenprozent. Ein Doppelbock. Boah, so ein Rauchbier, Alter, das Ding schmeckt echt wie so flüssige Schinken, Leute. Äh, bin ich mir jetzt sicher, dass ich da hin will? Heute ist 17, haben wir doch jetzt hier. Ach, du heilige Scheiße, was macht der denn hier? Okay, jetzt pass mal auf. Der zeigt, der Pfeil in die Richtung. Aber ich glaube, hier habe ich noch gar nichts erkundet, ne? Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in den Müllhaugen hier schon mal unterwegs war. Huch. Hä? Ach, jetzt komme ich hier raus. Doch, hier war ich doch schon mal. Bin ein Depp, ne? Aber schaut schon gruselig aus, ne? Nein, es muss wohl noch ein anderes Guardian-Legend-Game geben für den PC oder sowas. Oder ist das irgendwie so ein Fan-Made-Ding? Ich glaube, ich habe mir das gar nicht mal irgendwo runtergeladen. Glaube ich. 100% sicher bin ich mir da jetzt aber auch nicht. Aber ich habe schon mal davon gehört. Ja. Alter, hau bei du ab. Das stimmt, das war da, wo ich nicht hinkommen bin. Genau. Meine Fresse, echt. Meine Gehirnzellen lassen langsam nach. Danke, Bier. Hä? Eingespartheit wäre eine Eingespartheit. Korrekt er sieben. Several times, ne? Wie oft muss man das machen? 80 Mal? 20 Mal? Jetzt ist das war es soweit. Ja, die hau ab. Leute, ne? So, was nehmen wir diesmal für eine Waffe? Das ist doch, Leute, das Ding da, oder? Also, Leute, das ist schon wieder was Feinste. Weiter. Da sind wir jetzt schon wieder. Ja, da sind schon wieder so Grusel-Augen. Das Ding ist schon wieder. Das Ding ist denn hier wieder. Alter, ich... Unendlich gegen das, ne? weh, das Ding ist, ne? E-X0 sind, Y-23. E-X0 sind, Y-23. Dann dreh aus. Dann dreh vollkommen durch. Solange wir diese Waffe hier noch am Start haben, ne? Geht das erst mal der, der, die, die schlimmste wahrscheinlich rum, so wie das Ocean. Ah, da sind solche, ähm, langen Dinger. Was ist denn jetzt hier kaputt? Alter. Was, 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 was? Wenn jetzt nicht mal die Waffe hier durchkommt, ne? Dann weiß ich auch nicht. Alter. Das ist doch jetzt nicht hier normal, oder? Kann ja sein, dass das jetzt gar unnormal wird, das Spiel. Ja, die nächsten Augen eh geworden, ne? Ja, die Waffe macht ordentlich Damage. Das finde ich sehr gut. Alter, ich will das Ding hier haben, ne? Alter, ich will das Ding hier haben, ne? Boah, Digi, ich, das... Denn das ist ja schon krank genug mit diesen Augen, ne? Ja, wenigstens da hinten sind jetzt die Augen schon mal hier. Da, das Auge, der auch noch kaputt geht. Komm, 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 komm. Wenn der sich jetzt vorhin die Boss, das letzte mit dem Boss irgendwie durcheinander gebracht hat, dass das Eyeball Growth eigentlich das, das das große war, ne? Da gibt's was zum Einsamen, wenn ich komme, ne? Ich glaub, das war nämlich Small, und das ist Big. Das letzte Mal. Uff, so, Corito 7 auch erledigt. Scheiß, die Wanda. So, jetzt ist das hier auch lila. So, dann auf zum Speichern. Weil wir gehen ja schon mal gleich in die richtige Richtung, weil das nächste Mal geht's ja dann da drüben weiter so ausschaut. Uff, hat man schon mal das mit dem Laserschwert, ne? Eingespannte halt nicht, eingeschmarrig halt nicht. Ein Kies, ne? Uff, so. Tja. So, jetzt schon der 28., ne? Leute, es ist bei Silvester. Was treibt ihr so feines an Silvester? Schreibt doch mal in die Kommentare, würde mich nicht mehr interessieren, ne? Wir werden jetzt hier essen gehen und ein wenig Spielabend machen, ein wenig Bier trinken. Ja, was man jetzt so macht an Silvester, ne? Bierchen trinken. Vielleicht schön mal noch Feier da draußen, mal schauen, ne? Alter, wie komme ich denn da jetzt zurück? Ich will nach links. Korridor 16. Klickt doch wieder keinen. Ach doch, jetzt kommen wir langsam in die richtige Richtung, aber ich wollte eigentlich die Abkürzung von vorne nehmen, aber wieder vergessen, wenn wir den Kunden, ne? Bam, 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 bam. Das stresst mich unheimlich, dass das nicht mehr hier sitzt. Andy, look. So, wir müssen jetzt nach unten links hier, links. This way. X13, Y14. Rums die Bums. So, jetzt schauen wir mal her. Da bin ich immer noch falsch. Aber vielleicht gab es da noch was zu kaufen. Aber ich dachte, da gibt es nichts zu kaufen, ne? Ja. Ja. Special Web to break it, ne? S wie Süden wahrscheinlich, ne? South. Hm? Sind wir da schon wieder richtig, ne? Vorredo 8. Warte mal. Wir müssen erst einmal hier gucken, ne? Komme ich da jetzt schon rein? Ja, freilich nicht. So muss ich ihn hier wieder machen. Okay, das fällt nämlich anscheinend komplett auf. Oh. Alter. Das Ding macht wenigstens ordentlich Damage, ne? Weißt du, das einzige was das machen kann, dass es einen hinterher hüpft. Dieser Feiglinghuhn. Statt dass es angreift, hier ein normaler Gegner. Nein. Hüpf, 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 hüpf. Das hüpf, 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 hüpf. aber ich habe mehr feuer power jetzt wird eigentlich nur schnell noch irgendwo speichern ich weiß doch nicht so genau hier kann man irgendwo speichern aber hier kann man vielleicht speichern jetzt müssen wir schnell kurz gucken ob ich auch in denen der korridor ist und ob ich da rein kann halt doch du dein maul und jetzt kommt da habe ich jetzt speichern sollen schnell im schnitt zurück wenn ich das jetzt versaut und den ganzen drecks holen dagegen geht noch mal laufen hier da spielt der fahrheit immer mit was man das jetzt so dass unser passwort in einem miniboss tot machen wir jetzt noch jetzt von motiviert man haben sie unbedingt bei der letzten auf selber den letzten die letzten zwei scheine nachholen wobei einen finde ich nicht das ding macht immer so gut der mitschein weil das voll geil hier jeder was ich für eine feuer poweret hab mir immer so kreisier robot Noch mal so was hier. Was du? Aha, schau ne hin, meine Lebensanzeige hat sich verdienst, ne? Hahaha, das ist das mächtigste Wesen in diesem Universum. Das ist wieder bei so einem Kiesi hier. Weiß ich blick da schon manchmal nicht mehr so ganz durch. Korridor 18. Hä? Zu Korridor 18. Wollen wir jetzt zu Korridor 18? Alter Digga, was macht das jetzt für eine? Na gut, dann gehen wir mal zu unserem Speicherpunkt zurück. Huuu. Wissen, das war jetzt ganz falsch? Hmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm und ich habe einen speicherpunkt bescheiden die das nicht da ist ja genau da war ich auch da ist nee hallo da ist ja auch so dass ich wieder vielen vielen dank fürs reinschauen zuschauen wünsche dann ein schönes wochenende paper mario kommt dann die gewohnt und morgen an einem freitag aber glied schau dabei bis demnächst muss ich